ARD Text im Auftrag von Funk Absprung Übrigens sind wir im Absprung in Osterbrück Schaut auf jeden Fall nach der Corona vorbei Wir sind übrigens alleine in der Trampolinhalle Leute, mal ganz modern Also ich glaube das gibt es nicht in einer anderen Oder? Gibt es das in einer Trampolinhalle in einer anderen? Ich glaube nicht bisher Das ist so krass Leute, wir schauen mal einfach Spring mal Das sieht so geil aus Ich bin tot, ich kann nicht mehr Leute das ist so cool, man kann hier einfach so den Screen aufnehmen Was ich hier so gerade gemacht habe Und dann schickt die Trampoline euch das per E-Mail Das ist absolut nice, so was habe ich noch nie gesehen Mega geil, das hat so Spaß gemacht Das ist richtig geil, das blende ich euch jetzt mal ein Ich würde sagen Leute, wir starten jetzt mit den Challenges Als allererstes gibt es hier so ein Seil Dima, du fängst mal an Okay Ready? Okay Was kriege ich, wenn ich gewinne? Okay Woah Woah Nein 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 Ich habe es geschafft Es ist so schwer immer hier rauszukommen Gleichstand oder? Wir sind beide da abgekackt Okay 1 zu 1 Leute Check Nein Aber Leute, ich würde sagen, ich zeige euch mal wie es eigentlich ein Profi macht Okay, jetzt habe ich es Oh, oh mein Gott, oh mein Gott knapp 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 Woah Ich glaube jetzt ganz schnell durch Okay So Leute, erste Challenge check, jetzt kommt die zweite Challenge Es wird richtig schwer für mich sein, denn wir müssen jetzt immer so die Welle hochklettern Und ich glaube da, da werde ich definitiv verkacken Dima, ich glaube die Challenge wirst du gefallen Dima, ich glaube die Challenge wirst du gefallen Die ist mega hoch Komm, du fängst Okay Woah, das kann man gerne Hey, ich bin drauf Leute, hier liegt einfach so eine reine Brille An was erinnert mich wohl diese Brille? An was erinnert mich das wohl? Warte Wer will ich? 2 Stunden Ja, wir machen jetzt die Challenge weiter Und 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 Woah Noch geschafft, noch geschafft Meter höher Oha Auch noch geschafft Leute, das wird ich definitiv nicht schaffen So, okay, und die letzte Wand Die allerletzte Wand Warte Ich stehe hier Und die Waffe ist so hoch Boah, Junge Und jetzt Ah Ja Ja Okay, erste Wand Easy Easy, okay Okay, okay Zweite Wand Oh mein Gott, oh mein Gott Die ist jetzt viel höher irgendwie Okay Was war das? Oh Oh Ja Oh Oh Leute Ich glaube hier werde ich definitiv verkacken Ich glaube das wird nicht, das wird nicht Oh Oh Okay Und Go Go Oh Nein Nein Ja Nein 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 Oh Mann Und du? Fünf. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. I'm alright. Wie viel habe ich jetzt geschafft? Neun. Neun? Ja. Ich wollte den Zehnten eigentlich noch ziehen, aber da habe ich diese Beule hier gesehen. Habe ich nicht mehr weiter gemacht. So Leute, nächste Challenge, die wir kommen mit diesem Ding hier. Ich weiß nicht, dass das echt schwer ist. Das ist wirklich extrem wackelig. Okay, komm. Los. Das ist echt so oft. Oh mein Gott. Ernst? Oh mein Gott. Okay, nein. Ja, erst lachen. Okay, nein, das geht echt nicht. Ich will einmal die Klingel hören. Leute, er hat es fast erreicht. Los. Klingel die... Klingel. Ja. Okay, Leute. Jetzt gibt es noch eine richtig coole Challenge. Aber diese Challenge wird richtig anstrengend sein. Komm, die machen. Und zwar, wer als erstes auf die andere Seite kommt. Drei. Zwei. Eins. Nein. 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 Gleichstand. Gleichstand, würde ich mal so sagen, oder? Ich glaube ja, oder? Ja. So, die allerletzte Challenge für heute. Und zwar, dafür brauchen wir dieses Ding da. Wir schwingen uns hin und wer am weitesten aufgekommen ist, der hat gewonnen. Nein. Nein. Ich fahre an. Nein, das ist okay. Ich habe eigentlich voll höhen Angst. Ich habe richtig Angst. Irgendwie. Sonst mach du zuerst. Boah. Mann. Ja, ich muss es jetzt machen. Ich mache es für euch, Leute. Und... Go! Yeah! Oh mein Gott! Aber du hast gewonnen, du bist weitergesprungen. Schaut auf jeden Fall bei der Trampolin-Halle vorbei. Die Trampolin-Halle heißt Absprung. 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 Osnabrück, Leute. Ist auf jeden Fall megacool. Hier gibt es so viele Möglichkeiten. Und das ist einfach nur mega nice. Man hat auf jeden Fall Spaß. Okay, Leute. An dieser Stelle beende ich dieses Video. Leute, ich habe jetzt noch höhen Angst. Warum ist das wieder so hoch? Lasst ein Auge da. Werdet ein Teil von der Insubiyami. Und ich würde sagen... Und... Ist das weich? Ja, nicht. Welchen? Das ist weich jetzt! Und... Tschau! Tschau!